Herzlich willkommen bei der Sattlerei und Polsterei Leeds in Norden. In handwerklicher Tradition fertigen wir individuell und auf Maß Bootspersenninge, Verdecke und Planen aller Art und Auto-Innenausstattungen. Wir polstern Sofas, Stühle, Motorradsitze und verarbeiten Leder zu, Handtaschen, Riemen und Pferdegeschirren. Wir fertigen in unserer modernen 450 Quadratmeter großen Halle und bieten dort auch Platz für die Einlagerung von Booten und Fahrzeugen. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne persönlich.